Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Ratgeber. Heute geht es um das Brast Polyrathan Gartenmöbel Lounge Set. Wenn du noch nicht genau weißt, ob dieses wertige Gartenmöbel Set für dich die richtige Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Ratgeber sehr gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, um dir deine Kaufentscheidung bestenfalls noch zu vereinfachen. Außerdem werde ich dir auch das Amazon Angebot zu diesem praktischen Gartenzubehör unten in der Videobeschreibung verlinken, damit du überhaupt weißt, wovon ich hier spreche. Es gibt auch nichts schöneres, als in der warmen Gartensaison zusammen mit Freunden und Verwandten auf dem eigenen grünen Paradies mal so richtig die Seele baumeln zu lassen, vielleicht eine Grillparty schmeißen und dabei schmackhaftes Grillgut genießen. Jedenfalls brauchst du für dieses Event natürlich auch robuste und funktionale Gartenmöbel. Bei diesem Set hier gefällt mir das Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich ausgesprochen gut, muss ich sagen. Du kennst vielleicht folgende Situation, du kaufst hier mal einen Stuhl, dann da den Tisch und was weiß ich noch alles und dann hast du das Problem, dass deine Gartenmöbel stilistisch nicht so gut zusammenpassen. Deswegen bin ich ein sehr großer Befürworter von diesen Gartenmöbel-Sets, wo praktisch alles, was du brauchst, direkt in einem Angebot vereint worden ist und vom Design passt es einfach perfekt aufeinander abgestimmt und deswegen kann ich solche Gartenmöbel-Sets auf jeden Fall weiterempfehlen. Bei diesem Angebot hier gefällt mir insbesondere das Preis-Leistungs-Verhältnis sehr gut. Ich bin der Ansicht, dass du hiermit dein eigenes grünes Paradies perfekt ausrüsten kannst, um Besuch zu entfangen und in der eigenen grünen Oase einfach mal so richtig runter zu kommen. Sowohl die materielle Verarbeitung als auch die schicke Optik machen auf mich einen sehr, sehr guten Eindruck, weswegen es von meiner Seite aus für dieses schöne Gartenzubehör auch eine klare Kaufempfehlung gibt. Das Amazon-Angebot zum Gartenmöbel-Set werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Auf der Angebotsseite von Amazon kannst du dir sämtliche Produkteigenschaften noch einmal in Ruhe und Frieden anschauen. Außerdem wartet dort auch schon die eine oder andere Kundenrezension auf dich. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir eine wundervolle Gartensaison. Alles Gute, ciao!